Vom wunderschönen kleinen Innenhof als Platz der Stille geht es direkt ins Haus zum Fitnessstudio, in dem alle notwendigen Geräte für die Hippocrates Übungen eingesetzt sind. Und hier in diesem großen Raum, dort finden die großen Vorträge, die Yoga-Stunden, die Aerobics-Stunden und vieles mehr statt. Ein wunderbarer Sonnensaal mit ganz viel Energie und einem kleinen Hippocrates-Shop. Und du ernährst dich schon ruckröstlich auch zu Hause? Hat dir das jetzt hier nochmal einen neuen Input gegeben oder eine Erweiterung im Horizont? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil vorher habe ich doch noch ein paar Dinge für meinen Körper nicht richtig gemacht. Also vielleicht auch falsch kombiniert, ein paar Lebensmittel. Und mir ging es natürlich schon wesentlich besser, aber es fehlte noch was. So. Und hier konnte ich eben durch die, nochmal so ein bisschen durch die veränderte Ernährung und eben durch die Vorträge, die so viele hier stattfinden, nochmal sehr viel mitnehmen. Okay. Und wie schmeckt dir das Essen hier? Mir schmeckt es sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Super. Und es gibt ja auch immer leckere Pressings noch dazu. Und Rohkostpizza, gell? Und Rohkostpizza hatten wir auch. Total das Highlight. Hier ist der Restaurantbereich, wo alle Gäste essen können. Und hier geht es auf die Terrasse, bei so schönem Wetter wie heute, lässt sich hier draußen sehr, sehr gut essen, ausruhen, die Aussicht genießen und einfach entspannen. Hier gehen wir nochmal durch das Buffet, angemachte Salate, natürlich fermentiertes, getrocknete Sprossen, richtig tolle Soßen. Und rüber zu den Sprossen, angefangen von Boxhornklee über Linsen, Sonnenblumen, Keimlinge, leckere Erbsensprossen, Munkbohnen und Alfalfa über Mikroquins und leckere Dulzalgen. Wie siehst du es aus einer medizinischen Sicht? Würdest du schon sagen, das hat schon einen Impact auf die Gesundheit der Menschen? Auf jeden Fall. Als wir vor acht Jahren umgestellt haben mit Ernährung und auch mit der ganzheitlichen Sichtweise für Gesundheit, da wurde uns klar, was das für eine immense Wirkung auf die Menschen hat. Also ich habe es dann auch im Detail bei uns ausprobiert, auch mit meiner Mutter, mit unserer Familie. Wir haben alle immens davon profitiert, unsere Ernährung umzustellen auf gesunde, vitalstoffreiche, lebendige Kost. Absolut. Also ich als Ärztin kann es nur empfehlen. Aber mit Informationen, es ist wichtig, dass man sich aufmacht, dass man sich informiert, dass man schaut, was man verträgt, intuitiv. Und dann sich Menschen sucht, die sich schon Jahre damit auseinandergesetzt haben, bei denen findet man volle Infos. Hochbeete mit Selbstanbau, frischen, lokalen Kräutern und verschiedenen Gemüsesorten sind überall auf dem Campus angepflanzt. Plus ein kompletter Permakulturgarten mit eigenem Gemüse, Tomaten, Radieschen, Kartoffeln und vielem mehr. Eingebettet in die wunderschöne Natur ist hier der Naturbadeteich für jeden zum Schwimmen unlimitiert verfügbar und wird jederzeit mit frischem Bergwasser aufgefüllt. Also bei mir war das Hauptthema auch das Rauchen und die Nikotinabhängigkeit. Du hast wirklich geraucht vorher? Ja. Und ich wollte eigentlich schon lange vorher aufhören, aber ich habe das dann nicht hingekriegt und habe es tatsächlich bis zum letzten Tag. Bevor du herkommst, hast du geraucht. Ja. Und ich bin hier angekommen und die Sucht war wie, wie wenn es gar nicht gegeben hätte. Ich kann mir das nicht erklären, wie das kam. Das war auch jetzt während der ganzen Zeit nicht einmal das Verlangen, danach nach einer Zigarette oder der Sucht nachzugehen. Es ist komplett verschwunden. Und man sagt ja hier, dass dieser Nährstoffbedarf wahrscheinlich, wenn der komplett gedeckt ist, wird man die Süchte wohl nachlassen, egal ob es sich in Zuckersucht oder so handelt, dass die dann verschwinden. Ja, ja. Und ich glaube, ich kann es zu 100%ig bestätigen. Toll, Mensch, das freut mich ja total. Ja, das freut mich ja auch. Hier ist das Herzstück der Entgiftung, die Infrarotkabine von Clearlight. Und das ist eine Dreierkabine. Drei Menschen können gleichzeitig hier saunieren, entgiften und nach dem neuesten Stand der Technik ihre Erholung und ihre Entgiftung nach vorne bringen. Natürlich dürfen auch therapeutische Massagen nicht fehlen. Drei therapeutische Massagen bekommt jeder Teilnehmer von uns gratis mit dazu von ausgebildeten Masseurinnen. Ein wahrer Traum, der oft noch hinzugebucht wird. Hier finden die Kolonhydrotherapien statt. Jeder Teilnehmer hat eine kostenfreie Kolonhydrotherapie und kann natürlich welche hinzubuchen. Und hier steht ein Kolonhydrotherapiegerät im Institut selber, wo wir mit ausgebildeten speziellen Therapeuten ganz individuell betreute, mit farbenleere, therapeutisch organisierten Kolonhydrotherapien machen. So, hier gehen wir in das Zimmer von unserem Therapeuten, der hier natürlich immer ganz konzentriert am Rechner sitzt bei seinen ganzen Geräten. Und hier wird jeder Teilnehmer mindestens zweimal empfangen und bekommt ganz tolle Frequenzuntersuchungen, Timewaper-Untersuchungen und natürlich ganz individuelle Beratung vom Spezialisten. Ich würde es den Menschen weitergeben, vor allem die auch Krebs haben, aber nicht nur. Auch andere, die vielleicht Autoimmunerkrankungen haben. Aber ich würde ihnen natürlich auch sagen, dass sie vorher entsaften sollen, dass sie sich wirklich auch etwas darauf vorbereiten und auch, dass sie sich mental darauf einstellen und dass es wirklich auch besser wird. Und ich kann das auch beweisen, weil, bevor ich hierher gekommen bin, hatten wir eine Hochzeit und wir haben Bilder gemacht. Gerade einen Tag, bevor ich hierher gekommen bin. Also ich kann es allen beweisen. Ja, in dem, ja, ich sage mal, leider sieht man es bei mir, aber es ist auch der beste Beweis, ja, dass es zurückgegangen ist. Ja, in dem, ja, ich sage mal, leider sieht man es bei mir.